Und die Variante mit dem Hasen hier, das ist eine kleine Notlösung, falls ich gar nicht zurechtkomme. Und theoretisch muss ich mal gucken, was ich jetzt daraus mache. Heyo und guten Morgen. Herzlich willkommen meine lieben Kreativen zu meinem Zeichner-Stream. Heute um, irgendwann früh. Ich bin Dexter, Grafiker, Illustrator und Zeichner und bin noch ein bisschen verpeilt, wie ihr seht oder hört. Und heute geht es weiter, oder jetzt geht es weiter mit Inktober. Ein kleines Minivideo über die Entstehung von dem heutigen Motiv. Zu dem Begriff Bluff. Übersetzt habe ich das mit Bluff oder Alternativzeichnung. Und hier seht ihr meine ganze Aufzeichnung dazu. Und ich bin gelandet beim Joker. Das ist diese Karte oder, naja, so eine Art Visitenkarte. At einem Tatort von Joker. Einstellung von Musik, denn die gibt es auch dazu, sobald ich welche finde. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020